Also, großes Announcement. Denn ich habe super viele Leute gefragt, viele hatten Schiss, ob abgesagt oder sonst was. Nein, wir waren die ganze Zeit im Hintergrund am Machen. Wir haben geplant und das wird jetzt viel fetter, viel fetter, als wir uns das je vorgestellt haben. Und zwar wird der Boxkampf, der Boxkampf, ja, Micky gegen mich und noch drei bis vier weitere Kämpfe wird stattfinden am 2. April in der Lanxess Arena in Köln. Wir haben einfach die Arena bekommen. Ich kann es mal, ich kann es, es ist so fett, ich kann es auch nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, es wird so fett. Da hat auch schon Klitschko gekämpft, einfach in der Lanxess Arena in Köln, da passen 16.000 Leute rein. Wir haben natürlich starke Maßnahmen, 2G Plus Event und das wird auch erst 2. April stattfinden mit Zuschauern, damit das Feeling kommt. Wir haben jetzt erstmal nur eine kleine Anzahl von Tickets, die wir rausgeben können. Der Verkauf ist auch jetzt schon eröffnet. Es wird ein unfassbares Live-Event, wir werden eine geile Halbzeit-Show haben. 4 bis 5 Kämpfe werden wir am Start haben. Es wird so, so, so geil. VIP-Loge für die Mods. Oh, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Sowas hat noch keiner gemacht, das wird absolut fett. Tickets könnt ihr euch jetzt schon holen, ist ein wahnsinnig geiles Weihnachtsgeschenk. Gönnt euch das sehr, sehr gerne. Wir haben 18 Uhr, 2.4. Boxen. Ich kann wieder komplett, das Röntgenbild wurde auch nochmal vom Arzt abgenommen. Es ist alles top, Schlüsselbein, alles wieder super. Ich kann wieder Vollgas reingehen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich gegen Micky gewinnen werde. Er hatte jetzt sehr lange Vorsprung, ein halbes Jahr, weil ich wegen meines doppelten Schlüsselbeinsbruch ausgefallen bin. Das macht das Ganze nochmal deutlich spannenderer, das ist geil. Micky ist auch stark im Ausdauertraining, will auch nächstes Jahr um die Jahreszeiten einen Marathon laufen. Erst ein Halbjahr-Marathon im Sommer und dann einen Marathon. Der gibt Vollgas. Wir trash-talken uns gegenseitig. Ich bin mir aber wirklich sicher, dass ich gewinne. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass ich das nicht mache. Gönnt euch die Tickets auf Event-Tim, könnt ihr euch die jetzt schon holen. Wir müssen mal gucken, wie es ist mit Corona. Deswegen haben wir jetzt erstmal nur eine kleine Stückzahl an Tickets, die wir raushauen. Wir können auch einmal ganz, das ist genau in meinem Geburtstag wie nice, The Great Fight Night. Ja, wir können mal ganz kurz, aber ich kann euch das einfach zeigen. Das Ganze wird auf, ein bisschen kleiner. Das Ganze kostet über eine halbe Million Euro. Das ist ein großes Ding. Es wird auch live übertragen und das ist ganz wichtig. Das Ding kostet über eine halbe Million mit allem möglichen Stuff, was dabei ist. Völlig heftig, völlig heftig. Das Ganze wird kostenlos live online zu sehen sein. Allerdings nicht auf Twitch, sondern online bei Join. Ihr braucht, es ist nicht hinter der Payroll, das war uns ultra wichtig. Ihr könnt es kostenlos schauen online und müsst nichts bezahlen. Kein Probeabo oder irgendwas abschließen. Da könnt ihr das ganz normal sehen. Join, von ProSieben Join kennt ihr alle. Nächstes Jahr ist auch wahnsinnig viel mit Join geplant. Das ist absolut, absolut heftig. Gerade bei so teuren Projekten ist es super schwierig, Sponsoren zu kriegen oder irgendwas. Und dass so das ermöglicht wird, ist einfach nur geil. Ist einfach nur geil. Nicht zu viel Selbstbewusstsein, sonst unterschätzt du ihn. Auf keinen Fall. Ja, 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 ja. Hatte schon Angst vor der Payroll? Nein, das auf keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir noch. 2.4. 18 Uhr langs SES Arena in Köln. Das ist so ein Riesending, ne? Da wird so eine Stimmung sein. Da ist die Seide. Achso, und ja, ja, ganz wichtig. Unter all den Leuten, die sich jetzt vor Weihnachten schon Tickets jetzt bei den Vorbestellungen holen. Es wird ja vier Handschuhe geben von mir und Micky. Also ich habe zwei, Micky zwei. Die werden wir signieren, selber signieren vom Fight. Die Handschuhe, die wir im Fight getragen haben. Und die vier Gewinner kriegen eine eigene Longe. Oder sind vielleicht noch Backstage mit dabei. Vier fette Gewinner für all die Leute, die es kaufen vor Weihnachten. Ist auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. So ist das Logo. The Great Fight Night. JFN. Ich habe da so Bock drauf, ne? Ihr könnt auch noch sehr gerne andere Streamer oder YouTuber oder ich sage mal nicht Leute, die nicht krass sind, fragen, ob die Bock hätten zu fighten. Leute mit Reichweite. Leute aus unserer Bubble, die wir kennen oder irgendwie sowas. Dass die Arena steht. Der Tag wird kommen, ja? Das wird so geil mit Zuschauern. Das wird so geil. Das wird so dermaßen geil. Das wird so scheiße geil. Hier seht ihr die verschiedenen Preisklassen. Das ist hier direkt am Ring. Also das ist hier so direkt, ne? Ist jetzt nicht genau der gleiche. Ich habe jetzt einfach hier ein Beispiel. Das ist direkt am Ring. Also wenn man mal richtig eins in die Fresse bekommt und da fetzt man ein bisschen Schweiß und Blut vom Ring runter, dann kriegt ihr das hier auf jeden Fall in der Preiskategorie ab. Dann haben wir hier Preiskategorie 2 ist das hier. 3 ist dann Orange, Grün, Preiskategorie 4 und Blau haben wir dann hier. Es gibt noch VIP-Lounge. Es werden auch viele andere Streamer dabei sein, garantiert, die sich das Ganze reinziehen. Wer denn? Ah, es wird fett. Es wird so fett. Illigella wollte gegen Sid kämpfen. Safe? Nein, oder? Also wenn echt, wenn echt, dann könnt ihr das gerne machen. Dann könnt ihr das gerne machen. Ja, das ist es. Das ist es. Viele so, ööö, die haben wir was. Leute, es ging los. Erinnert ihr euch noch an dieses Ranking, an dieses Einsortieren von Streamern? Den würde ich komplett im Ring auseinandernehmen. Das wird ein spannender Fight, aber ich gewinne. Das wird ein spannender Fight, aber ich verliere. Oder ich würde total verprügelt werden. Und dann hast du alle Streamer so reinsortiert, ne? Ihr erinnert euch das. Das ist schon ewig her. Und da habe ich gesagt, ja, gegen Micky wird ein guter Fight, aber am Ende gewinne ich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und Micky hat genau das Gleiche bei sich im Stream gesagt, als sie die Liste gemacht hat, gegen mich. Und dann haben wir gesagt, okay, lass kämpfen. Dann wollten wir so einen kleinen Kampf machen. Dann hatten wir uns Trainer geholt. Training lief bei allen super. War ultra geil. Wir hatten ja die ersten Box-Vlogs, haben ja schon eine Million Klicks. Und dann kam mein Schlüsselbeinbruch. Dann war erstmal alles Pause, auf Eis gelegt. Dann so, oh, was macht man jetzt? Und die Pause hat dazu geführt, dass wir jetzt mit Joy in den Gesprächen waren, dass wir jetzt eine fucking lang Cess-Arena haben, wo 16.000 Leute Platz finden können. Aber wir haben erstmal wirklich nur einen kleinen Teil, den wir verkaufen. Wir müssen gucken mit Corona. Aber es ist ja auch erst im April. 1 plus 2 schon ausverkauft. Das wird safe Reseller geben. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel sich das Leute holen. Ey, auch mit den Ticketpreisen finde ich absolut fein. Also wir hatten gerade wieder die ganzen Fights von den Amerikanern gesehen. Da kostet das, online zuzuschauen, 60 Euro. Paywall erstmal 60 Euro. Und Live-Tickets kannst du komplett knicken. Ihr könnt alles online verfolgen. Ihr könnt den ganzen Fights sehen. Alle Fights sehen und Halbzeit-Show und, und, und. Alles ganz normal online. Komplett kostenlos. Komplett. Könnt aber auch live vor Ort sein. Da kann man, da kann man, ja. Und habt euch bewusst, es ist ein Streamer-Fight, ne? Es sitzt, also, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Vielleicht, vielleicht knock ich Micky in 11 Sekunden aus. Ich habe keine Ahnung, okay? Also, ich glaube jetzt nicht, dass da Leute herkommen werden, Kampfsportler, die schon ewig dabei sind. Oder weiß ich nicht. Die sonst nur die Weltmeister beim Boxen zuschauen. Das wird Unterhaltung. Und das wird so geil. Würde auch 100 Euro zahlen, um Chef Strobel K.O. gehen zu sehen. Das ist geil. Da wird es safe so viele Reseller geben. Weiß ich gar nicht. Also, in der Preiskategorie 3 ist auch das, was es mit Abstand am meisten gibt. Von 1 und 2 gibt es gar nicht so viel. Das ist aber, was ist denn das hier? Das ist, vielleicht, weiß ich nicht, 12 Meter oder sowas hinterm Ring? Könnt ihr dann hier schon sitzen? Also, auch Preiskategorie 3 ist übel dicht, übel dicht am Ring dran. Das sieht jetzt hier so aus. Also, das ist schwierig, sich vorzustellen, ne? Ich bin sehr gespannt, euch da dann anzutreffen. Es wird geil. 18 Uhr startet das Ganze. Hat Eli wirklich gesagt, er will gegen Sid kämpfen? Never. Ihr labert doch jetzt. Scheiße. Viel weniger. Safe nur 6 bis 7 Meter. Ja, also, das ist, ja stimmt, das ist nicht viel, ne? Also, das ist, keine Ahnung. Kategorie 1 und 2 sind schon weg. Okay, von der Fuhre, die wir rausgehauen haben, ja. Das wird geil. Ich kann es nicht fassen. Da hat schon Klitschko gekämpft. Und dann, aus dem Stream. Aus dem Stream, wie groß das jetzt geworden ist. Auch unfassbar geil, dass, ähm, Join mit am Start ist und das Ganze ermöglicht, dass wir das in so einer unglaublich geilen Location machen können. Ich freue mich da so sehr drauf. Das wird so fucking geil. Nur geimpft und genesene. Und, ich glaube, 2G plus ist. Also, geimpft, genesen und dann noch getestet. Das sind bei Kategorien circa 10 bis 12 Meter Arbeiter dort. Ah, okay. Macht ihr auch so Wait-In- und Pressekonferenzen alles? Ist 2G plus. Wo kann man das kaufen? Ausrufezeichen Ticket auf Eventim. Wie lange wird die Show circa dauern? Das ist auch schwierig zu sagen. Also, wenn das 5 Fights sind und jeder Fight geht 10 Runden und wir haben eine Halbzeit-Show und mit einlaufen, dann wird das ein sehr, sehr langer Abend. Gehen aber alle in der ersten Runde K.O., dann wird es trotzdem ein langer Abend. Geil, geil. Ich hatte auch so Bock, die anderen Kämpfe zu sehen. Wir sind ja wahrscheinlich der letzte Fight. Die anderen wissen davon noch gar nichts. Wollen wir die mal anrufen? Das haben ja erst mal nur Miku und ich beschlossen. Die anderen sind noch nicht geupdatet, glaube ich. Wir rufen mal Henki an. Wir wissen es alle nicht. Chef-Druppe auch nicht. Die haben keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Wie die Corona-Lage dann ist, sind wir entweder ein paar Tausend oder dann mehr. Ich habe keine Ahnung, wie es am 2. April ist. Gar nicht. Deswegen verkaufen wir jetzt erst mal ein bisschen. Und je nachdem, wie sehr sich das dann lockert, mehr. Deswegen jetzt am Anfang sind es gar nicht so viele Plätze. Check's up, kommt mit Freunden dahin. Da seht ihr uns mal live. Ist ein geiles Event. Sowas gab es noch nie. Haben noch nie deutsche Streamer gemacht. So ein Ding. Wer kämpft noch alles? Das müssen wir schauen. Das müssen wir schauen. Wir hatten ja damals die Kämpfe von anderen. Von damals müssen wir noch gucken, ob die noch am Start sind. Das waren ja Hanky, Chef Strobel, Romatra, Vlesk. Das findet so oder so statt. Die trainieren ja beide wie Sau. Micky, ich. Das ist auch safe. Und sonst gibt es noch sehr viele Leute, die kämpfen wollen. Auch von anderen Streamern. Jetzt, wo wir die Arena haben, sich da reinstellen. Das wird geil. Wenn ihr Streamer... Einige sagen jetzt hier, Eli und Sid wollen boxen. Haben sie mehrfach im Stream gesagt. Dann können die das gerne machen. Ist ja noch lange. Standardskill und Leon Machère wollen sowieso kämpfen. Stimmt, habe ich auch schon öfter gelesen. Sascha hat mal Kickboxen gemacht. Keine Ahnung. Sascha Revi würde ich auch fühlen. Irgendwie sowas. Können Sie uns super gerne melden. Am besten bei Instagram oder so.